Vielleicht solltest du doch ins Bett gehen. Die IP lässt dir auch keine Ruhe, ne? Solange ihr wenigstens hier gleich nirgendwo mal herumzickt, also ist alles gut. Ja, hör mal, Grille, weiter zu, was sie dir zu sagen hat. Da sie dir bestimmt irgendwas ganz Tolles zu erzählen hat. Was denn? Das ist doch total spannend. Also ich finde das hier gerade echt spannend, also muss man doch eigentlich sagen. Also ich finde eigentlich, also Minecraft als Live finde ich spannender, als wenn ich es irgendwie immer nur so letztlich. Da fehlt mir irgendwie diese Spannung irgendwie überhaupt drin. Muss ich persönlich mal wirklich eben so sagen. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Aber eine Grille macht doch Grille, Grille, Grille. Nein, obwohl, nein, eine Grille macht, Grille, Grille, Grille. Boah, willst du wissen eigentlich, wie ein Drache denn macht? Bist du schon mal einem Drachen begegnet? Ah, hallo. Der wollte da eben nicht hoch. Oh, guck mal, wir haben jetzt auch schon mal das Wasser weg. Wir drücken jetzt das auf. Oh, es gibt kein Wasser mehr. Jetzt werden wir alle sterben. Oh ja, auf Grillen hätte ich jetzt auch irgendwie voll Bock. Da holen wir jetzt uns alle schönes Grillfleisch. Und dann wird schön gegrillt. So, ich glaub, nee, das lass ich jetzt. So, und dann können wir jetzt eigentlich... Hallo. Ich bringe mal viel zu viel. Ja, ich glaub, ihr seid im Moment wirklich die einzigen, die hier schreiben. Ich weiß gar nicht, wie viele im Moment auch eigentlich zugucken. Nein, 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 nein. So nicht. Oh, ich verstehe das manchmal nicht. Der setzt da immer doppelte Dinge manchmal irgendwie von denen hin. Äh, wie groß bist du eigentlich? Mein Name brauche ich. Mein Name brauche ich. Okay. Ah ja, dann geht's ja. Tja, ist ja alles gut. Wer ist sechs Jahre älter als du? Nein, 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 da nicht. Ja, ich hab'n Hammer. Ich hab'n Hammer. Und ich scheue mich nicht, den einzusetzen. Hallo. Möchte hier hin. So, wir brauchen ja ein paar Treppen. Ein paar Treppen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich baue jetzt einfach mal ein paar hin. So. Mal gucken. Tipp, 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 tipp. Ihr seid ja voll gemein. Der Hund darf auch nirgendswo bei euch schlafen. Tipp, 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 tipp. Eee, so. E-N-E-N-E Ja! Zupi! Achso, ich bin Frauchen, achso. Ja, ich riegel das schon. Bei mir darf es halt eben auch im Bett pennen. Das ist manchmal echt unmöglich. Nee, musste ich das eigentlich so hochbauen? Ich glaube, ich habe das so hochgebaut, ne? Und Schäferhund, süß. Ich mag Schäferhunde. Achso, jetzt habe ich nur keine Kartenblöcke mehr. Ah, okay. Ist ja nicht schön, wenn der PC immer irgendwie... ...abgestürzt. Und toi toi toi, das ist von der Meiner, ne? Hier alles gut mitmacht, also... ...oha. Also ist ja auch niedlich. Äh, nee, nee. Uh, habe ich übersehen. Habe hier auch noch. Äh, dann mache ich erst mal hier. Mache ich das erst mal so. Habe ich zwar nur noch zwei von, aber das macht ja nichts. Ja, später. Muss noch warten. Später, später, später. Noch hat der Hund Zeit. Äh, rein, rein, 21. Ach, was reicht schon jemals. Ich brauche wahrscheinlich eh wieder mehr. So. Aber ich weiß gerade nie, ne, ne, habe ich... Ich habe das, glaube ich, zu hoch gebaut. Wie habe ich denn das noch gebaut? Böser Hund. Aus. Aus. Ja, dann wissen wir ja, wer das jetzt wegmachen darf. Äh, toll. Warum setzt du es denn da hin? Äh, ich möchte hier raus. So. Brauchen wir ja bald eigentlich nur noch den Deckel bauen. Au. Ihr habt irgendwie irgendwie richtig gerade auch richtig Lust, ne? Ihr schreibt da schon was Cooles irgendwie. Das macht gerade Spaß. Äh, das, äh, ja, das da durchzulesen von euch. So. Was brauche ich denn jetzt? Eigentlich gar nichts. Eigentlich gar nichts. Äh, das darf doch nicht ernsthaft sein. Toll. Gut, dann mache ich mir hier auch noch einen hin. Ähm, ja, dann reiße ich dich eigentlich wieder ab, weil ich glaube, du bist wirklich zu hoch. Ach, warum baue ich dich denn ab? Ich hätte dich ja nur drinnen brauchen. Äh, toll. Brauche ich eh nicht hier ne... Dings. Hallo? Ich möchte den Hammer, bitte. Äh, nee, nicht so. Tschüss. So. Vielen Dank.